Waldohreule Eule Autor de Selçamkenzi Die Filmbilder hat der Autor Selçamkenzi in Polska gedreht. Die Waldohreule, Asio Otus, ist eine Vogelart, die zu den eigentlichen Eulen, Strigide, gehört. Sie ist eine der häufigsten Eulen in Mitteleuropa. Die Waldohreule hat mit einer Körperlänge von etwa 36 cm und einer Spannweite von 95 cm etwa die Größe eines Waldkorzes. Sie ist jedoch wesentlich schlanker als der Waldkorz und mit einem Gewicht von 220 bis 280 g Männchen, bzw. 250 und 370 g Weibchen, erheblich leichter. Auffallende, große Federohren kennzeichnen diese Artikel. Die Federohren haben keine Funktion im Zusammenhang mit der Hörleistung der Eule. Zur Verstärkung der Hörleistung dient vielmehr der bei der Waldohreule auffällige Gesichtsschleier. Die Iris der Waldohreule ist leuchtend orange-gelb. Das Gesicht wird durch eine auffällig hervorstehende Stirnbefederung geteilt. Die Flügel sind relativ schmal. Die Gefieder der Waldohreule ist auf hellbraunem bis ockergelben Grund schwarzbraun gestrichelt und gefleckt. Die Hand- und Armschwingen sind deutlich dunkelquer gebändert. Allgemein überwiegen bei den Weibchen dunkle, rostbraune Farbtöne. Die Männchen sind dagegen in ihrer Grundfarbung etwas heller. Die Färbung des Gefieders dient der Tarnung. Ruhende Vögel im Geäst sind kaum zu entdecken. Das Verbreitungsgebiet der Waldohreule umfasst die gesamte Hohelarktis. Es erstreckt sich von Großbritannien und Irland quer durch Eurasien anschließlich China und der Mongolei bis nach Japan und Sakhalien. Die nördliche Verbreitungsgrenze liegt in der Zone des Borealen Nadelwaldes. In Afrika kommt sie auch im Atlasgebirge sowie in den Bergwäldern Äthiopiens vor. Sie ist außerdem auf den Azoren sowie den Kanaren beheimatet. Die Waldohreule besiedelt außerdem das südliche Kanada und Im Verbreitungsgebiet werden derzeit fünf Unterarten unterschieden. Asio Otus otus ist die Nominatform, die in Mitteleuropa beheimatet ist. Asio Otus kenariensis lebt auf den Kanaren. Diese Unterart ist deutlich kleiner. Asio Otus wilsonianus und Asio Otus tuft sie sind beide in Nordamerika beheimatet. Asio Otus abyssinicus ist in Ostafrika heimisch. Sie wird von manchen Autoren als eigenständige Eulenart angesehen. Lebensraum eckige Klammer auf bearbeiten eckige Klammer zu. Die Waldohreule benötigt vor allem offenes Gelände mit niedrigem Pflanzenwuchs. In Mitteleuropa ist sie daher ein Vogel der offenen Kulturlandschaft. Sie ist vor allem in Gebieten zu finden, die einen hohen Anteil an Dauergrünflächen ausweisen sowie in der Nähe von Mooren. Stellenweise kommt sie auch im Hochgebirge vor, sofern dort genügend Beute zur Verfügung steht. Wälder bieten der Waldohreule nur dann hinreichend Lebensraum, wenn dort ausreichend Freiflächen für die Jagd vorhanden sind. Den Waldrand nutzt die Waldohreule dagegen als Ruheplatz während des Tages sowie als Brotrevier. Sie zieht dabei Nadelbäume vor, die ihr ausreichend Deckung bieten und in denen sich alte Nester von Krähen und Älstern befinden. Stehen solche Waldränder nicht zur Verfügung, weicht sie auch in kleinere Gehölzgruppen oder Hecken aus. Die Waldohreule besiedelt auch Randbereiche von Städten, insbesondere wenn diese an landwirtschaftlich genutzte Bereiche grenzen. Waldohreule mit heller Gefiederfarbung in typischer Pfahlstellung. Territorialverhalten Die Waldohreule zeigt nur in der Umgebung des Brutplatzes ein Territorialverhalten. Das unmittelbare Brutrevier wird durch Gesänge und durch einen Imponierflug gekennzeichnet, bei dem die Waldohreule die Flügel unter dem Körper zusammenklatscht. Bei ausreichendem Nahrungsangebot können die Brutplätze der Waldohreulen sehr nahe beieinander liegen. Für eine 15 Quadratkilometer große Fläche in Schleswig-Holstein, die offenbar ideale Lebensbedingungen bot, wurden 18 Brutnester nachgewiesen. Im Winter finden sich gelegentlich Schlafgemeinschaften von Waldohreulen zusammen, die bis zu 200 Exemplare umfassen können und bei denen die Vögel nur einen geringen Individualabstand halten. Die dabei aufgesuchten Schlafbäume werden mitunter über viele Jahre hinweg genutzt. In Einzelfällen ist die Nutzung von bestimmten Schlafbäumen seit mehr als 100 Jahren belegt. Im Winterquartier kann es auch zu Vergesellschaften mit anderen Eulenarten, insbesondere der Sumpfohreule, Aseoflamois, kommen. Die Waldohreule zeigt dabei keine Aggressionen gegenüber anderen Arten. Stimme eckige Klammer auf bearbeiten eckige Klammer zu. Während der Brutzeit ruft das Männchen in Sekunden kurzem Abstand ein dumpfes und monotones Hu. Dieser Ruf wird etwa alle 2 bis 8 Sekunden wiederholt. Das Weibchen antwortet auf diese Rufe in ähnlich monotoner Weise mit Ui oder Ui. Während der Balz lässt das Weibchen auch ein an das Betteln der Jungäulen erinnertes, Quee, oder, Queem, erklingen. Vom Männchen ist insbesondere bei Beuteübergaben an das Weibchen ein kräftiges, Quee, oder, Quee, zu hören. Zu den Lautäußerungen gehören auch Fauchen und Schnabelknappen, die vor allem der Feindabwehr dienen. Das Repertoire an Alarmrufen ist sehr groß. Der Alarmruf, dem die Eulen von sich geben, wenn man sich beispielsweise dem Horst zu sehr nähert, ist ein bellendes oder kläffendes, Ui. Ui, sowie ein mehrendes, Kiii. Die Estlinge der Waldohreule, wie die Jungäulen genannt werden, die zwar bereits das Nest verlassen haben, aber noch auf die Fütterung durch die Elternteile angewiesen sind, können Überstunden während der Nacht ein lautes Fiepen erklingen lassen. Es ist so auffallend, dass bei Bestandskontrollen von Waldohreulen gelegentlich systematisch diese Rufe registriert werden. Jagd- und Beutetiere Eckige Klammer auf Bearbeiten Eckige Klammer zu Jagdweise Eckige Klammer auf Bearbeiten Eckige Klammer zu Die Waldohreule jagt während der Dämmerung und in der Nacht. Die Tagesstunden werden nur dann zur Jagd genutzt, wenn die Beute knapp ist, zum Beispiel im Winter. Vor dem Jagdbeginn putzt die Waldohreule sich ausgiebig das Gefieder, jagt dann zwei bis drei Stunden und legt eine Ruhepause ein, die bis weit nach Mitternacht dauert. Anschließend jagt sie nochmals intensiv bis in die Morgendämmerung hinein. Mit diesem Aktivitätsmuster jagen die Eulen insgesamt etwa fünf bis sechs Stunden pro Tag intensiv. Der Flug ist geräuschlos. Der Suchflug erfolgt relativ dicht über dem Boden, wobei die Waldohreule ihre Beute optisch und akustisch ortet. Nimmt sie potenzielle Beute wahr, verharrt sie im Rüttelflug, und inspiziert die Lokalität, an der sie die Beute vermutet. Die Ansitzjagd, bei der die Eule von einer Warte aus nach Mäusen lauscht, gehört gleichfalls zum Jagdverhalten der Waldohreule. Um Insekten zu jagen, begibt sie sich direkt auf den Boden und liest dort mit ihrem Schnabel die Wirbellosen auf. Um Maikäfer zu fangen, klettert sie geschickt durch das Geäst der Bäume. Waldohreulen werden gegen Ende ihres ersten Lebensjahres fortpflanzungsfähig und leben monogam in einer sogenannten Saison-Ehe. Die Paare bilden sich mitunter schon unter den Vögeln einer winterlichen Schlafgemeinschaft. Typischer ist es jedoch, dass das Männchen im zeitigen Frühjahr durch Paarungsrufe versucht, ein Weibchen in sein Revier zu locken. Zur Balz zeigt das Männchen einen Imponierflug, bei dem die weißen Flügel unter Seitensignalhaft präsentiert werden und bei dem die Flügel gelegentlich unter dem Körper zusammengeklatscht werden. Dieses Flügelklatschen zeigt auch das Weibchen während der Flug Balz in der Nähe zum potenziellen Brutplatz. Zur Anpaarungsphase und zur Balz gehört auch ein intensives Rufen, wie bereits im Absatz, Stimme, beschrieben. Diese Rufe erklingen als Wechselgesänge. Wie bei den anderen europäischen Eulen weist auch hier das Männchen mit leisen Rufen das Weibchen auf.